Niesmann Caravaning, das Caravaning Kompetenzzentrum in Polch bei Koblenz, hat ein neues Luxusmobil im Angebot. Das limitierte Sondermodell Concorde Charisma 790L Edition 30. Seit 30 Jahren baut Concorde seine Luxusmobile auf Basis des Iveco Daily. Ein würdiger Anlass für die Präsentation des limitierten Sondermodells mit attraktiver Komplettausstattung im Jubiläumsjahr 2019. Der knapp unter 8 Meter lange Vollintegrierte wird angetrieben von einem 205 PS starken Diesel mit Wandler-Automatikgetriebe. Er erfüllt die Euro 6B-Abgasnorm dank AdBlue-Einspritzung aus einem 20-Liter-Tank. Trotz der für diese Fahrzeugklasse kompakten Abmessungen empfängt den Eigner ein geräumiger und luxuriöser Innenraum. Kein Wunder, denn das Sondermodell bietet reichlich Zusatzausstattung. Die edlen Möbel im Dekor Atlas Cedar werden ergänzt durch die hochwertige zweifarbige Lederpolsterung Coco Vanille. Die bequeme Sitzgruppe bietet reichlich Platz für Gäste und die Satelliten-TV-Anlage sorgt mit dem 32-Zoll-Fernseher für Unterhaltung. Das Cockpit schmiegt sich elegant um den Fahrersitz. In bedienerfreundlicher Entfernung ermöglicht das Navigationssystem einschließlich Rückfahrkamera und Soundanlage eine ebenso zielgerichtete wie unterhaltsame Reise. Hinter der elegant geschwungenen Küchenfront liegen der Herd mit drei Gasflammen, die Edelstahlspüle samt praktischer Abdeckung und reichlich Stauraum in den geräumigen Auszügen. Hier macht Kochen Spaß. Gegenüber helfen Kühlschrank, Gefrierfach, Backofen und ein großer Apothekerauszug dem Küchenchef beim Aufbewahren der Zutaten und Zubereiten der Speisen. Hinter der Küche liegt das Raumbad. Es lässt sich vom Wohn- und Schlafbereich mit je einer Tür abtrennen. Keramiktoilette, Kunststeinwaschbecken, Edelstahlarmaturen, beheizter Handtuchhalter und eine geräumige Dusche machen das Bad zur Wellness-Oase. Eine Schiebetür öffnet das Schlafzimmer. Die zwei Einzelbetten bieten fünf Sterne Schlafkomfort dank Deluxe-Matratze und stabiler Unterfederung. Sogar ein zweiter Fernseher ist im Schlafzimmer untergebracht. Bis zu zwei weitere Mitreisende übernachten bei Bedarf im optionalen Hubbett im Bug. Außen trumpft der Concorde Charisma 790L Edition 30 mit viel Stauraum und einer 5,50 Meter langen elektrischen Markise auf. Der Strom dafür wird unter anderem von einer 180 Watt Solaranlage auf dem Dach erzeugt. Hier befindet sich auch die Dachklimaanlage, die im Inneren für stets angenehme Temperaturen sorgt. Auf Knopfdruck bringen vier hydraulische Hubstützen die mobile Urlaubsresidenz in die Waagerechte. Die luxuriöse Ausstattung des Concorde Charisma 790L Edition 30 ist im Jubiläumsjahr mit einem satten Preisvorteil von 30.000 Euro im Vergleich zum Listenpreis verfügbar. Gerne berät Niesmann Caravaning in Polch bei Koblenz alle Interessenten, die sich mit einem exklusiven Reisemobil den Traum vom freien Reisen erfüllen möchten.